Untertitelung des ZDF, 2020 Das Auto, mit dem üblicherweise Gerald Rieger fährt, der ist ja noch nicht ganz einsatzfähig. Hinsichtlich reingeschaut, mal schauen, was der Gerhard zu sagen hat. Ja, servus Gerhard. Steht die Sonderprüfung mit der WRC? Wäre sicher besser, aber ich würde es nicht mehr machen. Was unterricht mit der WRC? Mit dem Fahr-Fiesta R5, wie gesagt, von Zellhofer Motorsport, zur Verfügung gesünder Fahr-Fiesta. Ja, ich weiß nicht, das geht gar nicht. Ja, ich weiß nicht, das geht gar nicht. Und das geht gar nicht, das geht gar nicht. Untertitelung. BR 2018 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 Die Siegerrampe entern, Gerhard, Gesamtrang 5, der ist nicht so wichtig, oder? Nein, der Gesamtrang ist nicht so wichtig, es war zum Schluss noch arschknob, wenn man das so sagen darf. Ich glaube im Endeffekt haben wir auf dem Käfi Mako-Würfel. 15,7 Sekunden hätte ich es mal grob geschätzt. Okay, 15,7 Sekunden. Aber es war ein wirklich elektrisiertes Finale, das sie uns hier geboten haben. Wir haben von Anfang an gewusst, einer wird es schaffen und der andere nicht. Und der Knapper als Punkt, die Gleichheit kann es ja gar nicht sein. Und das trat letztlich ein. Wir kommen zu Platz 4 für die Schaden Nummer 9 aus Ungarn.